Die Nostalgie Die Nostalgie Die Nostalgie Die Nostalgie Die Nostalgie Wer die Schätze für sich behalten will, muss damit wohl leben, dass er angefeindet wird. Die Nostalgie Auf alle Fälle, ich habe mir einen Helm gekauft, dem Zauberer habe ich den Knüppel von seinem Vorgänger gegeben. Als Willkaufsgeschenk. Ja, vielleicht ist es ja ein Glücksbringer oder auch nicht. Wenn es den richtigen trifft, ja. Ich weiß auch schon nicht. Genau. Wir sind auf alle Fälle schon aufgestellt und bereit für das nächste Abenteuer. Das heißt, wie folgt? Prinz Magnus Gold. Drei Schatzkisten wurden auf dem Transport zum Kaiser geraubt. Eine Belohnung von 200 Goldmünzen ist ausgesetzt für den, der die Kisten und alles Gold darin wieder geschafft. Der Überfall wird in Borgstolast gelegt. Sie werden angeführt von Gultor, einem Chaoskrieger und verbergen sich in den Bergen der Dunkelheit. Heißt, einer muss alle Kissen haben. Nicht wir. Einer muss alle Kissen haben. Wir werden mal schauen, ob das geht. Okay. Ja, ähm, hier. Du sollst nicht so viel Neuroglyphen malen. Das steht ja nicht so gut. Würfel mal lieber. Kalsch. Nochmal. So, Falle. Ich durchlüfe den Raum noch, Schatz. Du isst nix. Du findest eine kleine Blutrudeflasche. Sie enthält einen Stärkungsdrank. Du kannst ihn jederzeit trinken und dann bei deinem nächsten Angriff 2 kann man extra werden. Du kannst ihn jetzt auch dem Zauberer schenken. Ja, damit... Die Tür bleibt zu, oder was? Die Tür lasse ich zu. Gut. Alles klar. So, dann schau. Jetzt nicht mal. Du lässt die Tür zu? Ich lasse die Tür zu. Dann musst du mich überantragen, damit wir dran kommen. Nein, mach die Tür auf. Damit ihr wenigstens weiterkommt. Ich nehme die Tür zu. Zwerg. Ja, da kommen jetzt auch die Snoblinge. Goblins. Das ist das selbe. Was? Snoblinge? Hm. Nicht in diesem Spiel. Da musst du bei Mariam mal ein bisschen in die Lehre gehen. Der kennt sich mit Grünhäuten aus. Definitiv. Und grünen Klamotten. Ich hätte einen Bachelor in Grünhaut. 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 Genau. Fertig? Ja. Grünhaut. 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 Abgewehrt. Oh, vier Würfel. Der Goblin, den den Zweck, ein. Schaffst du dir da wieder nichts ohne den Waban? Und du sollst dich gebraucht fühlen. Oh, gebraucht. So, warte ich schon dran, ja? Ja. Ich steig mich mal hier vor die Tür. So, ein paar Tage. Er ist tot. Er ist tot. Ich weiß doch, wenn ich ihn treffe. Ja, wenn du triffst, aber ob der andere das abwerten kann, weißt du oft nicht. Deswegen weiß ich ja nicht, was ich treffe. Ich weiß ja, was das für eine Auswirkung für seinen Kopf hat. Dann werden wir hier mal gegen den... Es klappt, der ist tot. Ich habe ihn natürlich zugebrochen. Und dann gehen wir die... ...zwei Fälle nach da und machen die Tür auf. Und dann drehen wir hinaus. Freiheit. Ja. Hier geht es schon mal Lichtländern vor euch an. Was sagst du so? Haben wir die Richtung gespart. Also der Zauberer kommt unter Umständen wieder mit sagen, ich kann durch alles durchgehen. Dann noch weiter. Oder mit sagen, der Barbar hat für sich gar zu müde. Und dann bleibt eine Runde stehen. Bist du eigentlich mit dem... Auch am Ende des Anges? Alle Zauberer sind auf eine stil-tuelle Art und Weise im Endeffekt. Ach. Ach gut. Als Aufer kommt nie zu früh oder zu spät. Waren bei allen Wolken hin. Also nur, weil ich Haare auf den Zähnen habe. Nicht nur auf den Kopf. Weniger auf dem Kopf habe. Hallo. Guck dir mein Wannes Haar an. Das geht fast bis zum Arsch runter. Nee, da bist du fast ein Elb. Das hat dich blond. Es gibt auch dunkelhaarige Elben. Ja, das ist schwarzhaarig. Seht ihr die oder nicht? Ja. Dann ist alles da, was... Ich bin dran. Sind keine. Gold. Du schwülst die Taschen verschiedener kleineren Stücke. Und findest insgesamt 20 Goldmünzen. Oh. Da hat er wieder keine Hose umgekrampelt. Nein. Das ist erschienen, also auch vom Barat. Wobei das ja noch ein Ländenschutz ist. Ist das hier schon wieder nichts zu tun? Nichts zu tun? Ich wollte noch... Der ist alles erschienen und er ist noch dran. Leider komme ich ja nicht, wenn ich glaube ich hier stehe. Dann kann er noch was durch. Sechs. Und zwei, drei, vier. Vorbei? Ja. Acht. Und das war's erstmal. Ich guck nach Fallen und Geheimtüren. Gucken wir da suchen? Das ist der Unterschied. Ich guck mal. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Zu sehen. Ja. Aber zu finden wäre was. Ja. Aber es ist nichts Besonderes. Ja. Willst du auch noch irgendwas laufen? Oder was? Gut. Entweder nicht fragen. Ja. Ich geh auch um. Ihr fragt. Er weiß nicht, wie wir ihn fragen. Zwei, vier, sechs. Und dann suche ich nach Geheimtüren. Ne, kann ich ja nicht. Das Monster. Ja. Ah, ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Ist so toll. Ja. Ja. Zwei, vier. Das ist eigentlich noch fünf. Nein, ich kaufe noch vorher. Den kann er auch nicht suchen. Ja, ich sollte schnell weglaufen. Ich hätte ein Maßstab in Kunstgeschichte. Bei jedem Stein bleibst du stehen und sagst, oh, äh. Ja, genau. Was wollte uns der Stein jetzt damit sagen? Ja. Dieser Stein wurde eindeutig... Und dann ist der... Ok. Exekutionistisch. Zwei, vier. Und der greift an. Und? Nichts. Wirfelt in der Hände. Imposante Sammlung von Schilden. Aber. Reicht bis hinter Ihnen, oder? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, jetzt sind wir das Lecks. Juhu. Ja. Zwerge darfst alles alleine machen. Ja, Jupp. Ein Schild, was sein Org verteidigen muss. Wir kommen nicht weiter in der Leben. Hallo. Und dann sagt auch was. Ja. Ist ja lang. Fünf weiter. Ich dachte, das geht... Zwei, vier... Das wäre mal spannend gewesen, so X-Ping. Die... Ich könnte rein. Ja. Ich suche mal schätzen. Da ist nichts. Besonderes. Mit zwischen dreckigen Luppen, schlägigen Felspumpen und schlägigen Decken findest du 25 Goldmütze. Ja, so kommt man halt auch langsam aber sicher. Genau. Das ist was ganz... Genau. Geduldig. Ist das der Schiefe-Turm von Pisa? Nein, mein Wappen ist noch in Arbeit. Aber nach dir wird wahrscheinlich dann der Schiefe-Turm von Pisa begangen. Kommt nur auf den Zorber an die Lippe. Nein. Nein. Einen Treffer. Toll. Das geht jetzt schon wieder. Kann sein, dass das wieder der Punkt ist, der später fehlt. Aha. Das ist mir scheißegal. Lass mich nicht vorbei und ich hau drauf. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Tür auf. Das ist gut. Das solltet ihr immer so machen wie eben. Ich krieg übrigens noch ein bisschen Gold pro Runde, weil ich die Lebenspunkte der anderen runter bin, ne, von dir. Du bist also ein angeheuert, infiltrierter Haarauspaar. Ja, genau. Ich muss mir den Chaoskrieg ja noch verdienen. Und das war's. Da kann ja noch ein Feld reingehen, ne? Ja, einfach nur. Du kannst beide zuschlagen. Das stimmt wohl. Aber wenn sie vor mich gehen müssen, kann trotzdem noch einer zuschlagen. Kommt doch an, wenn du deine Recke gehst, ja. Ich hab nur noch ein Feld. Ja, gut. Ja. Und? Sechs. Ja, ich komm. Heute runter. Ja, weiter geht ja nicht. Weiter geht ja nicht. Komisches Sandwich. Ich fühl mich so manipuliert, dass ich irgendwie Tauber aussprechen muss. Au, was sagen wir, auf den Papa. Oh, jetzt kommt wieder los. Oh, das ist schlecht aber. Toil. Oh, jetzt wird er schnell. Schnell, nein. Schnell, nein. Schnell, nein. Hey, Herr, alle. Blödsinn. Da bist du für sechs Uhr jetzt diesmal. Einfach mal so. Über den Tisch rüber. Über den Tisch rüber. Man könnte sich nicht rüber streiten. Ja. Versuch das hier. Wobei man dann auch dir zugestehen müsste, unter den Tisch zu gehen damit. Und? Ja. Vernehmen wir rein. Eine Sechs. Das geht nicht. Ja, warte auf. Ihr kommt doch, du wirst doch wieder zurück. Von einem gegen die Augen. Du wirst doch wieder zurück. Ja, aber du kannst dich jetzt durchsuchen nach dem Rücken und so. Ja, ich könnte dich suchen. Darf ich ihn auch schätzen? Von wem? Das müsste das Spiel leider entschalten. Ich bin nicht eine Truhe, ja. Ich bleib da stehen. Okay. Dann lasse ich. Ich habe schon gesucht. Ups. Interessante Hauptregel. Ich habe schon gesucht. Sechs. Ja, vorhin. Das war nicht schön. Was war das für eine Sechs, ne? Ja, die hat eine Sechs. Ich habe immer noch Flashbacks. Hier und da, durch die Kühe auf den Augen. Ein Schädel. Mit den Knüppeln drauf. So. Dann bleibt ja gut. Jedes Geld zählt. Gut. Dann haben wir den Org auf den Zert, ne? Ja. Ohhhh. Du sagst, du schalt mir nicht einen Zauber-Applaus. Schmeiß auch, dass du mir einen brauchst. Zwei abgehört. Nein, aber durch. Oh, das ist ja auch. Ach so. So. Wie bei Wrestling Protecting gerade abglatschen. Ja. Abgewehrt. Oh. Abgewehrt. Oh. Ich versuche mich zu beeilen. Ich dachte, neun. Hör einfach weiter. Hättest du auch nach einem Ort zu suchen können? Nein. Dann wärst du von dir weggelaufen. Dann wärst du von dir weggelaufen. Dann hättest du den Papa-Panit auf die Hand zu ziehen. Ich darf da vermutlich rüber und dann knüppel ich da mit einem Knüppel auf den Augen mit einem Schick. Und? Und? Bäh-bäh. Oh. Jetzt sag mal, mach doch prima ohne einen barmen Arm zurecht. Dann werde ich danach Schätzen suchen. Das ist nichts Besonderes. Das ist halt eh der Handlager vom Spielleiter, ne? Ich wollte es wohl nicht ausprobieren. Und ich weiß das nicht. Deswegen muss ich ja irgendwie das irgendwie... Nein, das ist kein Fall, wo wir über die Uhr sprechen müssen. Außerdem ist da ein Zwerg drin, wo man auf den Kopf trinken kann. Für alle anderen ist das ja auch keine Grube Gewissen. Das ist nur ein Absatz im Grunde. Das war ein Falsch für Zwerge, genau. Da hat jemand seinen Schwerzwein geschmiert. Eine Fugel zwischen den Friesen. Das ein Steinlose. Das ist ein bisschen abgesackt. Und der ist mit dem Gesicht vorne gegen die Kante vom Nächsten. Das war's. Aber jetzt sehe ich besser aus als vorher. Das könnte man nicht für die Zwerge Frau halten. Ja, nein, nein. Aber die Nase hat jetzt eine andere Biko. Und dann gebe ich dazu auch noch den Kopf. Der muss noch runter aus jetzt. Tja, dann ist Marian. Wie kennst du das? Das erinnert mich immer an seinen Namen, ja? Konen. Das eine ist das Synonym für das andere. Konen nennt man auch Marian. Ja, Marian nennt man auch Konen. Und dann haben wir zwei, vier, sechs, acht. Tada! Zwei Schädel. Ach so. Alles gut. Kaputt. Das wäre auch gleich. Ja. Hat ihn so mitgenommen. Und? Aber einen geht's noch nicht so mal schätzen. Vermutlich jetzt? Ne. Nichts besonders. In einer Ecke des Raumes findest du eine vergessene Filiole mit gewaltem Wasser. Du kannst es statt eines Angriffs verspülen. Es besiegt jede und tote Kreaturen. Skelette, Zombies und Mumien. Boah. Da hat er abgelehnt. Ach so. Verkauf ich auf Ebay. Das gab's damals schon, oder? Na klar. Amazon oder so. Ebay? Ja, das hieß in der Inselat in der Zeitung. Ich mein... Zwei. Da gab's noch gar kein Internet. Ne, doch. Stimmt. Doch, es gab das in dem Jahr schon. Ja, ja. Da kann ich noch aus dem Internet sehen. Moment. 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 Das Mittelalter gab es früher. So. Ja. Und ich hab auch zwei Intelligenzpunkte. Das ist irgendwo zwischen Moderne und Antike. Das war's? Nee. Aber vielleicht ist das schon so weit voraus, dass die schon wieder zurück sind. Es wird dann Zeit, dass der Barbar und der Zauberer vielleicht ein bisschen miteinander philosophieren. Ah. Tun wir. Ja. Ja. Im Moment philosophieren die anderen Barrieren. Ahahahahaha. Ahahahahaha. Ansichtssam. Das ist... Das ist... Ich suche noch einen Pfeil und erhalte jetzt. Ja? Moment. Moment. Wir haben einen Pfeil. Endlich mal einen entdeckt. Rechtsseitig. Ja. Aber da steht halt nicht was das ist, ne? Das reicht ja. Das ist der Pfeilgobel. Ja. Muss man denn... Ich glaube, das ist mal ein Gitter... Äh, ja, die... Die... Die Steinschlagbein. Mhm. Aber die sind anders markiert, genau. So markiert, ja. So, der Marian wacht noch nicht auf. So machen wir das. Ja, ja, ja. Marian Lüde. Zwei, vier, sechs. Du konntest doch bald erschärben als Wert, ne? Ich krieg da plus eins drauf, aber ich mach jetzt mal die Tür auf. Die Gier. Die Tür. Genau. Ich hab mich eingeholt, er hat er das alles vergessen. Nicht. So schnell vergessen wir das, ey. So, der erzählt, du hast geträumt, das war. Echt? Wir kommen zurück. Wir kommen zurück davon, den nächsten Taucher an den Kopf vor den Schultern zu nehmen. Naja. Und von seiner Last zu befreien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nix drin? Nix. Und dann hab ich ja noch, was war das jetzt? Zwei, vier, sechs. Da hab ich noch sechs nach. Kannst du mit der Falle rüber schütteln? Weißt du? Ja, das find ich aber gar nicht. Ja, du musst aber würfeln. Zwei. Vier. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Und dann suchen wir hier nach Schätzen. Hm. Nichts Besonderes. Das sucht man eben nicht. Während deiner Suchlistung wird ein Selbstschuss raus. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Mann. Misch diese Karte. Du musst dich freuen, lass mich mitleid sein. Wow. Na ja. Klar. Okay. Los geht's. Zwei, drei, vier, fünf. Und dann geh ich nur bis zur Falle und dann zurück nach Schätze. Theoretisch. Sie auch. Oder soll ich die Falle entführen? Wie denn? Du hast ja kein Gerät dafür. Genau. Der Gerät fehlt. Du hast unglaubliches Glück. Und deine Backplitzenteppich findest du ein oder hat Goldnütze? Ich glaube, er mag mich auch nicht. Weil er möchte die Karten ständig. Ja. Du hast mehr aus den Gegenständen als ich, oder? Ich habe alle bezahlt, Herr Freund. Fast. Die ganzen Tränke und so, ja? Hast du bezahlt, Freund? Ja. Die habe ich teuer erkauft. Ich habe mit meinen Kämpfen die Räume freigemacht, die du geplündert hast. Auf die Tür. Geplündert. Was geht's los? Ein wildes Wesen, der Zauber plündert mich. Der findet. Der findet. Der findet. Der findet Dinge an sich, die ihm nicht gehören. Und es gibt bereits die zu Teilen. Den haben Dinge an sich. Die sonst keiner mehr Buy. Warte. Das dauert. Das dauert jetzt. Für drei Teile? Das sind ja so sieben Sachen. Achso. Von da könnte er noch nicht da hinten. Ne. Alles gut. Freude. Selbst das? Zusammen? Ja, oder? Wenn ich in dem Raum jetzt sterbe, dann wissen wir, dass Mara ja ein Gehilfe des Spiels hat. Spätestens dann. Genau. Spätestens dann. Dann geh erstmal rein. Ne, erstmal passiert jetzt irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas passiert. Ich auch nicht. Das war's schon. Sehst du? Wir suchen nach Schätzen. Da ist nichts Besonderes. Wer nämlich ganz auf die Suchung konzentriert, schleiche ich einfach aus und dann hört man Fälle über dich her. Org oder Fimia. Bist du gerade wieder oder der Schatz gerade statt? Ja, das darf ich mir ja dann aussuchen, weil das ist ja kein Streuen. Das ist ein Streuen. Echt? Dann nehmen wir Fimia. Das ist unfallig. Ja. Drei Schädel. Äh, drei Würfel. Drei Schädel. Drei Schädel, als wenn ich sie will. Wir gucken mal, ob du auch wahr sagen kannst. Es gibt auch Kampfzauber. Einen abgewehrt. Wie viele hast du noch? Zwei. Okay. Soll ich nicht weinen? Nein. Du hast keinen Heizauber. Ich hab zwei Heizauber. Ja. Aber der Fimia schlägt immer noch vor mir zu. Nee. Willst du dich bewegen? Ja. Ich will dich erst mal bewegen. Durch vier, dann gehe ich einfach noch rein. Wohin? In die Fallbrühe. Ja. Einfach nicht. Nein, nein. Auch noch ein Stück weiter. Ein Stück weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Die ganzen vier Schritte. Ich möchte gerne fünf gehen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Damit auch ja, jeder weiß, dass du in meiner Sichtlinie bist. Und ich flöße dir ein Heilwasser ein, das ich persönlich angebrot habe nach Hausrezept. Oh. Ja, dann sterbe ich erst mal nicht. Oh. Das ist dann genau kein Alkoholentwirt. Oh. Das ist wieder diese komische gelbe Pflücke. Ja. Das ist vegan. Ja, das ist vegan. Gut. Dann macht mal ein Fimier. Der macht einen Platz dahin und greift den Zauberhahn. Geile Attacke von dem Fimier. Das war ja. Ich hoffe es gleich nicht. Halte ich zurück. Einen abgewehrt. Ja. Und dann? Zwei habe ich noch. Gut. Das ist der Papa. Ja. Ist ja was. Das ist egal. Boah. Das ist okay. Ohne mich. Ich nehme die Arme. Dann gehen wir den einen nach da. Ich finde es witzig, wenn wir alles schaffen und an die vorbeigehen, wir fängst dann immer. Dann muss der Altraum jetzt rein und hin. Ich komme rein. Mit der Fimierhände. Ja, aber auch ganz schön aufs Karten. Ja. Ein. Der Fimier ist dran. Nein. Ich bin doch dran. Achso. Den gibt es auch noch. Knöppel. Schädel. Und. Ja. Der Fimier ist dran. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 8. So, das reicht. Gut. Dann dreh ich mich um. Der muss ihn hier umdrehen. Guck dir mal den Schwanz von ihr an, der keulet dran. Achso, ja. Kann der da angreifen. Ein. Auf mich, ne? Ja. Ich habe mittlerweile 4. Wieso soll ich das überlegen? Also aufteilen. Klappt. Okay. Dann ist jetzt. Und. Nö. 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 Oh Mann. Was gibt's noch zu lachen? Gönn dir mal die Auszeit. Ach. Wie weit sind wir jetzt schon? Ich glaube, ich spiele gleich den Zauber. Weil ich auch nur 12. wie die flammende Wut. Nee, die. Ja, aber du musst die Zauber nicht verschlecken. Die Zauber geht auch auf Reichweite. Kannst du einfach. Ach, ja. Ich versuch's nochmal. Oh. Lebenspunkt hast du nicht. Siehst du? Oh nein. Und. Und. Und Zaubergeschmeiß. Das war schon ein Erfolg. Ja. Jetzt fällst du doch laufen, wenn du willst. Ja. Das mache ich. Moment. Ich bin doch nachschädt. Ohne Sex ist dabei. Ich gehe dann zur Tür. Machst du sie drauf? Machst du sie drauf? Ähm. Ja. Und. Das war's. Oh. Ich muss auch noch schätzen. Was gibt's Besonderes? Ha, wurde schon besucht. Da ist eine Falle ausgelöst worden. Habe ich gehabt. Das ist auch eine Falle. Naja. Stärke. Ja. Dann solltest du mal neu mischen. Das sind nicht mehr viele Karten. Ja, Marja. Ich brauche keine Marke abzumarkieren. Genau. Genau. Aber du musst nur noch einen Würfel da. Ich gehe dann hier rüber. Zwei. Seht ihr, wie viel spannend und ruhiger das ist in den Räumen. Und dann will ich nach Schätzen suchen. Ja. Keine besonderen Schätze von. Bin sie bei ihm oder? Mitten zwischen dreckigen, loben, speckigen, pelzuren, fleckigen. Denken kennst du 25 Gold. Dann notiere den Goldwert hinten auf deinem persönlichen Festpass. Mach ich. Ich bin hier fünf Felder gegangen und mache jetzt die Tür auf. So. Falls das irgendwie... Jemand interessiert. Genau. Ich will auf. Warte, warte. Sollen wir hier. Ne, da können wir nicht so gucken. Ne, du kommst ja jetzt raus, ne? Sieben hattest du, ne? Ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt kommt die Sperrfalle. Du löst die Sperrfalle aus. Ja. Und? Verlierst du den Punkt Körperkraft. Oh, boah, ne? Dafür sind die Fallen ja da. Damit man reinkommt. Genau. Wenn man sie nicht vorher ausgiebig sucht. Das kann man nicht. Doch, kann man. In der Situation konnte er nicht mehr suchen. Aber die Tür durch kannst du ja nicht suchen. Dann musst du ja rein in den Raum. Dann kannst du mal krank ausstrecken. Ja. Hier hätte man rausgehen können und da hätte man nicht suchen können. Aber das... So, was willst du jetzt machen? Ja. Ich könnte hier im Raum suchen, aber... Weiß ich gar nicht. Ich hatte da schon einen nach Schätzen gesucht. Nach Schätzen habe ich gesucht, ja. Dann könnt ihr nochmal nach... Ich suche mal nach gefallenen Geheimtüren, laufe hier die Wände lang, klopfen wir überall gegen... Ja, eine Geheimtür ist vorhanden. Läuft ja. Und zwar... Marjan ist bald fertig mit seiner Zeichnung. Aber du könntest noch einen Würfel noch drauf achten. Ist das das Zweite Grün? Ja. Okay, ich kann das ein bisschen schätzen. Hey! Der Zweite müsste eigentlich über eine Sechse werden. Ja. Ja. Gut. Dann bin ich ja dran. Das scheint so. Dann gehe ich ja doch mal vorbei. Zwei, vier, fünf, sechs. Zehn Kortens. Mindestens. Zehn Kortens. Mindestens. Nee, die Tür ist ja die... Nein, der ist ja die Tür. Sehe ich was. Ja. Moment. Du siehst diese Wand hier. Ja, auch. Die hast du schon mal entdeckt. Ein gleißendes Licht. Gleich. Schmeißen wir jetzt vor? Oder was auch immer. So, was machen wir jetzt selbst? Das war's. Da kommt... Unplötzlich. Ein gleißendes Licht. Ein Meteor. Ich dachte jetzt... Auf die Erde zu. Ja. Ich dachte jetzt ja an einen Entzug. Ja. Sieben, acht. Das war's, ja. Und jetzt noch mehr. Bis hier. So. Da ist nix. Na dann. Bis dahin ist nix zu sehen. Na, na, da ist nix. Läuft. Dann ist der Alp dran. Jo. Ich darf jetzt raus, ne? Haben wir auch noch eine geschlossene Tür übrigens. Haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Das war's für den Paranen, falls er mal vorbeikommt. Ja. Genau. So. So, ich... Weißt du was? Wie gehen alle nach da hinten? Sterben? Der Barbar wacht irgendwann auf, geht da vorbei, macht die Tür auf und löst das Abortrag. Da ging alles auf. Ne? Ja. Könnte passieren. Drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der Barbar ist keine Besuch, ich jetzt mal noch Scherzen in diesem Flur. Nix besonderes. Juhu. Juhu. Wenn du dich ganz auf so konzentrierst, beschleiche dich an Monster und entscheidet sich spontan den Zwerg anzugreifen und nicht den Zauber. Nein. Schlimme Dinge. Aber wieso denn nicht, Jens? Das versteht sich nicht. Was? Sie sind uns eigentlich, der von der Zauberer ist. Der Zauberer ist vielen Namen. Franzis Berg. Wo sie denn da hast? Ja. Aber als er sein kann, da könnte man nicht streiten. Obwohl eigentlich wäre es ja schon mal... Ne, man muss ja von hinten angreifen, ne? Von hinten auch immer. Achso, ne. Dann könnte ich natürlich so, dann habe ich erstmal Ruhe. Genau. Hey, super. Toll. Toter Zauberer. Richtig. Die sind jetzt schon wieder umgefallen, das tut mir voll leid. Dann ist ja der Zauber automatisch aufgewogen, ne? Nein. Der wird immer ab. Gut. Ich glaube, das haben die in der Regel nicht bedacht. Also ich glaube, Zauberer sein ist ein gefährlicher Job hier. Kommt aber an den man als Freund hat. Ja. Dann ist der Vieh mir ohnehin dran. Ja, das gefällt mir ganz gut. Zwei. Einen abgewehrt. Hei dran. Brauche ich noch nicht. Ich habe noch fünf. Ach du hast... Ach ja. Der Zauberer heilt ja immer, bevor er selber stirbt erstmal jemand an. Nee. Denke ich ja immer erst an Ande. Hei ich besonders an den Papa. Das ist doch nicht gut. Ja, ich weiß nicht. Tosti, was passiert? Du bist doch eben mit dem Sieger. Dann habe ich eine Aktion gehabt, dann werde ich gehen. Was hättest du denn sonst gemacht? Ich hätte nach Fallen gesucht. Fünf, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Sehr schön. Ich hätte nach Fallen gesucht. Ja. Sehr schön, sehr schön. Nicht nach Schätzen. Haben wir dann nach Schätzen schon gesagt? Der einzige Schatz ist im Moment der Knüppel und das Gold, was er vielleicht bei sich hat. Der Knüppel wird übrigens von einer Runde zur nächsten Seite greifen. Da habe ich ein Stück. Der Entheld ist hier ein Zauberer. Da bin ich jetzt noch stärker, du bist hier. Imperator Palpatine. Das Cidius. Da kann sich jemand in den neuen Klon reinmachen. Tja, ich kann ja nichts machen. Also es... Der Alp ist dann... Ich dachte, der Hedgehorst nicht gemacht hat. Nee, er hat nur mit den Würfeln geschüttelt da. Darf ich hier nach Schätzen suchen? Du bist im Finsterfall, wenn der den Knüppel und bist halt durch. Da hat das alles eingegangen werden. Nimm den mit, der für den nächsten Zauberer einen Knüppel kriegt. Genau, der nächste. So, Marian, ein. Ja, du musst das mal sehen. Ja, ich bin wach. Du musst jetzt auch erst die Sterne glauben. Ja, also ist der Zauber doch aufgehoben, wenn du stirbst. Habe ich gesagt. Jetzt beeile ich ihn auch. Denn soll ich nach Fallen in dem letzten Stück. Ich werde hier gleich mal reingehen. Das ist nicht schlimm, ich habe noch acht. Das ist auch kein Fall. Hier hinten. Nein. Gut. So weit ist alles gut. Zwei, drei. Ne, warte. Könnte auch sein. Ja, hier ist ein kleiner. Steinbruch, da ist ein bisschen ins Runde gekommen und hier das eine weitere Tür. Steinbruch, wenigstens ist es kein Leutnant, das war es. Fünf. Wenn bin ich da? Ich habe was da gesucht nach Fallen. Wo soll ich die haben? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Ja, das ist ein kleiner Scherz. Nichts Besonderes. Ich freue mich immer so. Ja. Tja, tja, tja. Fiegel? Immer noch ein Ork. Äh, nee. Nein. 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 Aber drei Löffel nicht. Nein. Aber vorhin schon. Ja, stimmt. Bestimmt. Kommt. Es ist ein kleiner Scherz. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm, mies. Mies oder kein Tür für Gerd. Mhm. Doppelhins, ne? Der Demos Neuwirfer, der ist jetzt draußen. Tür auf! Tür auf! Tür auf! Tür auf! Moment! Ja, vielleicht muss ich gerade gar nicht rein. Vielleicht ist das ja irgendwie so... Ein Portal in die Hölder oder so. Nee. Nicht ganz. Vielleicht hast du da mal nicht reingestellt. Geht nur einen Weg. Das sind drei Worts. Du traust dich, du traust dich. Du traust dich, du traust dich. Oder willst du draußen bleiben? Ich bleib draußen vor der Tür. Drei ist ein bisschen, Matsch. Du greifst jetzt nur noch zwei, wenn du da rein gehst. Das ist trotzdem zu viel. So kann nur einer gegen mich kämpfen. Bin ich dran. Mut zurück dir. Aber die sind größer als ich. So, weil sie ja immer hochgehen. Ja, genau. Du wirst, ich bin dran. Naja. Zwei Treffer. Zwei. Drei. Da fiel mir halt dran. Ja. Ah, sieh mal gemacht davor, oder? Und dann lauf ich. Zwei, vier, sechs. Dann komm ich ja nicht vorbei, ne? So. Dann greifen ich gleich drei auf einmal. Nur einer nach dem anderen. Kann ich nicht. Ach so. Ach so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Einmal, oder? Gut. Ja. Dann. Jetzt so kräft wie einer. Ach, die Tür dahinten. Die Orks. Bring mir die Orks hin. Was? Du bist mit den Orks dran. Also. Ja. Du hast ja noch vom Pflegenspunkt, oder? Mhm. So. Okay. Ich denke jetzt immer, ich muss dich rein. Nein, noch nicht. 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 Abgelehrt. Wie wegst du die Arme noch nicht? Nö. Bitte. Man wegt sich auch nicht. Das ist aber noch müde. Du musst erst mal auf Tatt kommen. Ja. Nix. Wo bin ich hier überhaupt? Ich hab zwei Arme noch. Nix. 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 Und ich hau zu mit nach einer Lanze. Auf wen? Zwerg oder auf? Nix. 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 So, einer tut. Jo. Dann kann ich auch gleich reingehen eigentlich. Ja, natürlich. Wird du vorhin auch gekommen. Ja. Jetzt hättest du nur noch zwei. Zwei, vier, fünf. So, steh ich nicht. Ich kann mich auch mehr hinstellen. Ja, dann braucht die Orks nicht so weit laufen. Das ist okay. Genau. Die sind vorbei. So, erst einer. Zwei. Das ist eine vier, ne? Ja. Ich hab vier. Ja. Na, und das passt auch. Der kriegt ja nicht ein Schild hin. Doch. Ja. 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 Ja, der war wahr. Doppelzwei. Ja. Doppelzwei. Als toter Zweibler kann man nicht mehr so gut voraussagen. Hehehe. Hehehe. Das ist ein total entspannte Spiel. Ja. Einen gegen den Ork. Ja. 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 Dann hol ich auf den Ork vor mir an. Einen Schädel. Und den zeig's auch noch ein. Hm. Leider nicht. Ja, die fallen doch schon umgefliegen, ja? Ja. Manchmal. Ich kann mich daran erinnern, wie wir das gespielt haben, da haben wir dann alles kombiniert. Ja. Du hattest nachher schon irgendwie acht Verteidigungsrufeln gegen die Ork. Das war natürlich sinnlos. Zeig. Das ist ja Barbaten. Entschuldigung. Ach so. Die Ork. Hast du das dann über den Arnisch getroffen? Eins, zwei, drei, vier. Oh! Da ist ja ein Loch im Fußboden. Da kann ich ja rüber. Ja. Alter, Alter, Ork. Vor allem nimmt sich das ja auch so. Wieso? Hier ist noch ein ganz unbekannter Raum. Ja. Und tot. Und dann geh ich zur Tür. Und dann machen wir sie auf. Könntest du mal noch weiterlaufen? Aufkommen. Im Flur. Ja, will ich auch. Da muss ich ja rüberwürzen. Was muss ich hier machen? Fünf. Fünf. Würfel. So. Da haben wir einmal. Wo ist ein Kampfwürfel? Wir haben einen rüber. Mit dem willst. Deinem Schädel kannst du rein. Und dann kann ich wieder rauskaufen. Einen Rufpunkt noch. Ja. Aber erst nach der nächsten Runde dann noch. Und den Punkt finde ich es auch. So. Das war das. Also nicht schlimm. Ja. Kann man rein. Einen Körner von Zauberer füllen. Einen Körner von Zauberer füllen. Ja. 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 Das ist ja dunkel. Ja. Das ist ja dunkel. Na. Was sind die Bombs da dran? Was sind denn nicht? Ja. Nochmal. Ja. Jetzt haben wir. Ja. 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 Also. Einer. Ja. Hätte ich verloren. Ja. Der macht einen großen Schritt. Ach. Da steht der mit. Das ist ja so. Der hat die Tür verlaufen. Oh. Jetzt aber. Neu Runde. Ja. Das ist eben. Wirst du rüberfüllen? Ich rüberfüllen. Eins. Zwei. Drei. Heißer Würfel. Schädel. Ja. Ja. Pfuh. Die erste Action ist aber. Zwei Schädel gegen den Ork. Oh ja. Oh. Oh. Jetzt aber. Na. Jetzt sind wir neugierig. So. Anstrengend. Vielleicht ist um die Ecke was. Ne. Das kann man nicht sehen. Gut. Also ist das ein Eck. Aber ich kann es nicht sehen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja. Warte. Ein Gargoyle. Zwei. Pfuh. Jetzt bist du in die Falle. Ist das denn wieder so ein Sperrding oder? Nein. Das ist nur nochmal. Ach so ein Loch. Ne. Da wirst du direkt reingefallen. Wir sind nicht rüber. Ach so. Gut. Genau. Du hast es ja nicht gesehen. Ich habe beides ja und bin trotzdem reingefahren. Was zum Barbara. Der Barbara hat es gesehen und hat es vielleicht vergessen. Ach ist ja nicht schön. Ja. Ich schlage jetzt meinen Halter angeben. Kannst du? Ja. Weil ich habe. Ich mache den selbst. Dann. So. Ist ja wieder im Schatz. Cool. Das kann ich gar nicht ansehen. Nimm mal hier das Radierkommel, Junge. Ja. Das reicht schon. Dann sind wir gleich 19. Zurückgerundelte Papier. Genau. So. Dann ist deine Aktion rum und dann kannst du dich noch bewegen, wenn du willst. Genau. Lauf weg. Du musst mehr als sechs laufen. Du kannst die derzeit treten. Das ist eine Aktion. Oder? Ja. Dann kann er auch noch kämpfen. Ja. Dann kann er auch noch kämpfen. Ja. Sonst könntest du vom Stärketrank hier. Wer vom Stärketrank auch nicht tränen. Stimmt. Ja, genau. Dann kann ich jetzt noch zuhauen. Ja. Ich würde jetzt einen Trank kriegen, aber dann verstehe ich die Aktion. Platt. Ja. Kannst du noch in deinem Schatz zu tun? Kannst du auch laufen? Nein, kann nicht. Du könntest auch laufen. Ja. Ich geh jetzt einfach mal zu. Nein. Nimm seine Sicht. Tür auf. Oh. Da war jemand sehr schnell. Na. Was drin? Nix. Was drin? Mhm. Ist da ihnen was drin? Du rieche drin erstmal nach Geheimtüren und Fall. Nix. Oh. Ne Ködertür. Da musst du ein Video über die Falle drüber. Gut. Ich kann aber noch einmal nach dem Schatz suchen. Vielleicht kommt ihr in viel mehr. Ein bisschen Spaß gehabt. Ja. 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 Da sind wir als eine Situation nur gegen ein Heldenmitglied. Dann krabbel ich in die Richtung raus. Ah. Die wollen ja mit den Schatz auch gleich zurück. Lass sie sie erst bis vier enthalten. Hinde halten. Wenn keiner mehr da ist, ist das egal. Dann können wir die Runde auch schneller beenden. Und. Ja. Wir machen die Tür auf. Das war eine sehr gute Entscheidung. Ja. Ja. Du hast das Portal in der Dimension des ordentlichen Goldes. Ja. Ja. Dann sieht es aus, als hätte ich was gefunden. Mhm. Ja. Ja. Warten nur drei Kissen. Fertig. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass die Gema jetzt nicht das Genehmschwert hat. Wir müssen aufpassen, dass die Zwiebeln fangen sich an mit zu singen. Das ist dramatisch. Mit zu krönen. Ja. So viele sind früher aber nicht bei mir geschaut, wie wir das gespielt haben. Sie stimmen dir recht. Rein weise, die Jungs. Das liegt daran, dass sich irgendwie der Zauber und der Barbar nicht so gut vertragen. Nee. Aber wir können das nicht lieben. Ich bin total lieb. Ich weiß schon, wo der Faschengeist das nächste Mal hingehen muss. Und mein Schatz ist mit fünf Würfel nicht einen Totenschädel. Möglich. Das ist doch nicht meine Schuld. Dann ist wieder so ein billig produzierter Faschengeist. Ich geh nicht rein. Ich wollte schon noch einen Felder. Ich kann auch keinen töten. Ich bin dran. Genau. Lass den Alt vorstürmen. Zwei. Vier. Kann ich gar nicht. Aber ich könnte jetzt ein Feuer-Ding jetzt reinwerfen. Genau. Eine Feuergrügel auf. Was ist das Schlimmste? Der Chaos-Krieger wahrscheinlich. Da ist aber keine Sichtlinie. Ja. Achso. Über den Zwerg. Dann schmeiße ich halt auf eine Fimier sonst. Auf den Zwerg? Nein. Über den kann man ja... Mit der Fimier ist ja auch... Wenn du sagst, dass der Held vor ihm das blockiert. Ja. Und er das blockiert. Gut. Tada! Du machst es nicht. Genau. Dann mal ab. Ja. Zwei. Auf den Zwerg. Einen abgehört. Willst du dich ja dann wieder stehen lassen oder sollen die sich besser positionieren? Nein. Nein. Bleib stehen. Nein. Okay. Das. Ich so nach Schätzen. An der Wand trägst du einen Lederschlauch bei deinem Tapferkeits-Trat. Zumindest steht das drauf. Du kannst es unmittelbar von dem Handel legen, dann darfst du ihn so unter zwei an den der Stammel machen. Tadada. Gut. Dann... Kannst du auch noch noch mal? Papa. Willst du über die Grube hüpfen oder warten? Und... Leiser! Oh! Mehr Proben. Gut, dann... Kämpfe ich erst mal. Das ist wirklich ein Lob. Zauber ist in der Aktion. Dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Zwei gegen den Fimier. Der Spruch ist gut. Ja, aber lohnt sich wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Weil der so lange gilt, bis man keine Monster mehr sieht. Soll ich machen? Ist eine Aktion. Ist ein Zauberspruch. Richtig. Stell mir den Raum rein. Du bist eins mehr. Ich könnte reingehen, aber ich kann ja auch mal einen Halbant trinken. Es gibt alles. Genau. Dann bin ich nämlich wieder bei sieben. Dann gehst du nicht rein. Doch? Okay, das kannst du ja dann trotzdem machen. Hier bin ich. Halbant trinken ist keine Aktion. Nein. Nur ein Zauber. Das machst du so. Genau. Dann gebe ich den Tapferkeit. Genau. Dann habe ich zwei Würfel danach. Ja, das war jetzt noch nicht geplant, aber... Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, der Tapferkeit hat seinen Hälsern gezogen. Also... Gleich nur den Halbant. Ja. Da. 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 Zwei. Die Werte. Da. Abgewährt. Und Gunther. So, und jetzt... Gunther. Mit rein. So, weil der Chaos kriegt ja den Weg. Oh. Bist du richtig motiviert? Abgewährt. Schau mal. Läuft. Der Bergerin. Kannst du vielleicht gleich wieder nach Hause kommen. Ja. Eigentlich schon. Schwierig, glaube ich. Wieso? Mal gucken. Ich glaube, wir haben auch irgendwo. Das sind drei Schatztronen, die sollen abgeliefert werden. Zwei Leute. Fies. Baraten rechnen. Ich weiß davon, die haben nichts. Außer, die habe ich die Schnauze voll. Ich habe mir vor allem auf die Fresse gepackt. Achso. Das Briefing wieder nicht gelesen, ne? Die Briefworte in dem Rennen. Aufpassen. Dann werde ich jetzt einmal gegen den Chaos kriegercampen. Mach drei Stück. Vier. Aber drei ist eigentlich. Kaputt. Und dann werde ich mich noch da stellen. Der war ja richtig. Und dann ist der nicht echt jetzt. Und der hat jetzt den Tod. Das heißt, den hat Tod. Der wäre dann nicht tot. Die war jetzt nicht tot. Dann kann ich mich ja noch bewegen. Ja. Dann stelle ich mich ja rein. So. Das macht nichts. Du musst sie auch drehen. Dann wird die besser treffen. Ja. Der ist weg. Ja. Nix. Und dann hoch. Der andere gegen den. Ein. Zwei. Ne, zwei. Schade. Zwei länger. Den Alp schaffst du noch. Den Alp schaffst du noch. Ja genau. Der ist noch nicht gestorben. Ja genau. Genau wieder der. Huch. Der Baba ist jetzt auf drei. Hui. Huch. Und wieder zurück. Zwei. Gut dann werde ich mal kämpfen. Gegen den Ort vor mir. Einer. Dann soll ich nochmal zusammen. Ohne auch nicht. Willst du noch laufen? Klar. Und jetzt versuche ich das. Obwohl, wir haben ja jetzt eigentlich einen anderen zu bekämpfen. Nein, nicht alle. Meiner ist noch. Ja, aber bis auf die... Da musst du dich verteilen. Ja, jetzt ist die Aussage. So, genau. Am Ende werden wir tun. Das ist die Idee. Ja, dann kannst du nichts machen. Außer dich bewegen. Wohin soll ich mich bewegen? Keine Ahnung. Da müssen wir nicht hin zu den Kisten, oder? Das weiß ich nicht. Das war in der Aufnahme schreit. Es hieß, das Gold muss zurückgebracht werden. Ja. Alle drei Kisten. Und die Kisten sind nicht stabil. Wir müssen hier immer zu einzeln tragen. Ja, was hier aber wieder... Dann könnte ich jetzt hinlaufen. Und auch die Kisten nehmen. Nein, hier. Und dann brauchen wir nicht so lange abwarten. Es ist ja kein Monster da. Und wir haben überall gesucht. Ein streunendes Monster kommt ja auch nicht. Ich finde, ihr machen es auch noch nicht, dass Schätze sind. Ja, da könnt ihr jetzt mal... Das machen wir jetzt noch. Aber ihr dürft euch mit der Kiste auch nicht mit einem Würfel wieder zurückbleiben. Das macht eigentlich... Wird also Ewigkeiten dauern. Ja, aber es passiert ja nichts. Dann laufst du einmal zu uns. Also einmal. Und dann eins, zwei, drei. Unentschlossen erst. Dann suche ich nach Schätzen. Da ist nichts Besonderes. Doch, ein streunendes Monster. Sehr gut. Wieder anfing hier. Aber ich bin ja gleich noch dran. Dann kann ich nur noch mal zuhause. Genau. Und schaffst es nicht. Hau zu! Ach so, ja. Nee, ich kann dir einfach zwei Würfel nehmen. Abgewehrt. Ach so. Die Kiste habe ich noch nicht genommen. Also nehme ich zwei Würfel. Und bis zum Beispiel. So viel dazu, dass der Kurs macht dich. Ja, stimmt. Dann zauber ich einfach noch mal meine Flamme gut. Oder meine Feuerkugel, wie auch immer. Mist. Jetzt bin ich einfach wieder auf jeden Fall. Zwei Würfel. Würfel, das war, kann auf einen lebenden Spieler oder Monster angewendet werden. Der Eingriff, der erlernt hat, was ist das Punkt. Frau Seiberfette hat auch noch. Ein Punkt, was ist das? Gut. Zwei Lebenspunkte werden für den Monster schon gar nicht schlecht machen. Ja. Damit ist es dann wohl so, dass wir... Drei Helden ab und drei Schatzkissen. Genau. Und wir eigentlich jetzt noch eine Stunde spielen müssen, bis der Maria mit seinem Barbaren bei uns ist. Ich möchte das aber. Du möchtest das? Und dann spielen wir wahrscheinlich noch zwei Stunden, bevor wir draußen sind. Also haben die Helden, also die drei Überlebenden, haben das Abenteuer geschafft. Wieder das Abenteuer erreicht. Die Zeitraffer. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die Zeitraffer. Blum, 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 blum. Blum, 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 blum. Schade. Das ist ja so. Gut. Wir danken euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Was wir mit der Belohnung machen... Es sind je 250 Goldstücke in der Kiste. In jeder Kiste? Ja. Und wir müssen uns gleich noch überlegen, was wir damit tun. Die müsst ihr abgeben. Ja, aber... Ach so, ja, okay. Was damit passiert, seht ihr zu Beginn des nächsten Abenteuers. Nach der Maus. Genau. Also vergesst nicht, uns beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt HeroQuest bei den Tabletop Generals. Mit lebenden Zauberern. Genau. Wie ein Neuer. Wie ein Zauberer. Okay. Bis dahin. Alles Gute. Bis dann. Und Tschüss. 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 Tschüss.